Hallo alle zusammen und willkommen bei meiner zweiten Folge vom DRIVER 3 Let's Play. Hier ist euer Master 3991 und ich wünsche euch viel Spaß bei der zweiten Folge. Dann fing es an. Reine Routine eigentlich. Wir bekamen einen Tipp über South Beach Beckers. Einen großen Fisch. Wir schlugen zu. An alle Eileiten. Probleme in Little Havanna. Weißer Mann, Mitte 30, flutlich bewaffnet. Oder als South Beach Beckers identifiziert. Benötige Unterstützung. Ja, jetzt muss ich erstmal diesen Polizeiwagen verfolgen, weil er führt uns direkt zu Beckers, den wir jetzt jagen. Und das wird jetzt hauptsächlich eine kleine Verfolgungsjagd mit dem Polizeiauto. Und ich will euch schon mal vorwarnen, die Polizeiautos oder allgemein alle Autos hier fahren richtig beschissen. Und versuche mich immer wieder abzudrehen. Das geht einem total auf die Nerven. Zum Beispiel hier jetzt schon wieder. Alter! Fuck! Das meinte ich zumindest mit abdrehen. Oder abdrängen. Denen ist egal, ob ich zu denen gehöre oder nicht. Hauptsache, die kommen durch und ich bleibe liegen. Jetzt habe ich auch mal die Sirene eingeschaltet, damit sie wissen, ich bin auch im Einsatz hier. Und nicht, dass sie mich wieder abdrehen. Und ich fahre ganz weit weg von diesem Auto. Er hat geschafft. Wie gut. Ja, diese Mission bezieht sich jetzt eigentlich nur noch darauf, dass ich das Polizeiauto vor mir verfolgen muss. Und ja, das war's dann schon wieder. Das war's dann auch mal. Oh fuck, siehst du da eingetreten. Oh fuck, siehst du da eingetreten. Fah, fah, fah. Oh fuck, siehst du da eingetreten. ot Command & Ball Du bist am Ort der Belagerung angekommen. Das ist doch schön zu wissen. Ja, Mission erledigt. Das war jetzt die zweite Mission. Und als kleines Extra hauen wir die dritte mit rein in diese Folge. Also starten wir. Und als kleines Extra hauen wir die dritte mit rein in 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 die dritte mit rein. Und jetzt haben wir die dritte mit rein. Diese Mission heißt die Belagerung. Und was wird da jetzt passieren? Das ist hier die große Frage. Och warum denn? Ich wäre schnell reingelaufen, hätte ihn rausgeholt und fertig. Okay, jetzt ist es eh zu spät. Das war's wohl mit der Geisel. Das war's wohl. Das war's wohl. Da kommt der. Ich muss schon sagen, sein Auto ist echt schön rot. Und ich hab so ein dummes Graues. Das ist scheiße. Ja. Ja. Die Mission beinhaltet eigentlich nur, dass ich ihn verfolgen muss. Und was danach passiert, keine Ahnung. Frag mich bloß nicht. Ja. Fuck. Komm. Komm. Schnell, schneller, 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 schneller. Ja. 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 Gleich hab ich ihn. Gleich hab ich ihn. Oh, der ist über Stop-Shit gefallen. Böse. Ja. Super. Mit Hilfe von einem anderen Autofahrer hab ich's geschafft, ihn endlich mal zu kriegen. Also wenn ich... ... Gewalttätig... ... als größenwahnsinnig... ...und gewalttätig. Ein echter Psychopath eben. Das heißt, dass die Jungs von South Beach einen Brach verloren haben. Und jeder Killer in Miami, die auf dem Fersen ist. Drei Stunden später bist du mitten auf der Collins-Arten-Wing mit Ticos Gang unterwegs. Du hast einen Wienbark und Samar. Du bringst den in den Brach nicht zurück. Ich mach's. Wir dürfen verdammt schon viel. Und mich die Arten. Nein, mit einem neuen Look bekommst du eine neue Identität. Der Wagen ist im Gold-Cross-Hotel. Ich muss hin zu Nascos Lager anstehen. Ich darf noch nicht. Da hat jemand sehr schwache Nerven, weil er wollte eigentlich nur die Autoschlüssel rausholen aus seiner Jackentasche. Und Tenet denkt gleich, das war eine Waffe und schießt einfach mal auf ihn los. Ich erinnere mich. Stunde eins, bumm. Wir erschießen den ersten. Stunde zwei, bumm. Und nochmal, bumm. Nein, nein, nein. Kalita hat ihre eigenen Leute geoffert. Sie hat den Sprengstoff selbst platziert. Sie hatte ihm gesagt, dass sie noch vier Minuten hätten, um rauszukommen. Lomas hat das Einziger geschafft. Der Rest ist draufgegangen. Deshalb sind wir uns von South Beach jetzt auch so nervös. Wir wissen, dass Kalita zu allem verliebt ist. Wieso sollte sie dann dich anheuern? Das ist ein besseres Vorschlag. Nein. Ja, das war dann mal die zweite und dritte Mission vom Driver 3 Let's Play und die zweite Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Driver 3. Bis dann und auf Wiedersehen.